Ouhh! 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 La da da. La da da da. La da da da. La da da. Lass uns das erste Mal hart gehört ins Gelände. Voll geil! Ich freue mich vor allen Privatgrund, und wir gehen jetzt richtig durch den Ebel gespannt. Jetzt müssen wir zuerst über die Arche, geil oder? Alter, das ist so gestört. Ich habe immer gedacht, du fährst jetzt auch mal langsam und da umzummen, gleich schauen. Scheiße, Alter, das ist einfach nur gestört, das Ding. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da tun soll. Ich muss eigentlich mit Gas drüber. Und der zweite Kick hast du ein bisschen in Ordnung. Ja, genau. Der Entgang wäre noch gut. Alter, du merkst einfach gern nichts, gell? Nee. Fuck, Alter. Oh, 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 oh. Hahahahaha Und der kann ein bisschen so ganz, oder? . Pfff. Wir sind nicht mehr überlegen, ob wir da durchkommen. Ja, easy. Kaum Strömung. Eigentlich da oben da wird es am besten da. Jetzt geht's grad, grad, grad. Stegel, Stegel. Nein, das ist einfach nur gestört. Mit dem Ding kannst du überall auch nicht fahren, wie du willst. Du musst nicht mal eine Linie suchen, geh mal grad drüber. Du gehst einfach grad drüber. Ja, also nochmal zurück, oder? Cool. Du stehst genau an. Ja. 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 Ja, jetzt mit dem kleinen Schwung, dann geht das schon. Ich muss raus. Ja. Jetzt hast du mal kurz, du bist froh, dass wir sind. Nein, nein, nein. Ich hab ja nichts mehr gesehen. Aber vorher auch schon nicht. Das Ding ist das krasseste Ding, was ich in meinem Leben gesehen habe. Hey, das schiebt so abartig vorwärts. Das geht so hardcore. Das ist echt hart. Jetzt müssen wir noch putzen, ne? Dreckig wie Sau. Und dann sollten wir's mal verlieren. Das war's. Okay, let's go. Das Wochenende hat er noch mal so richtig schön Wetter angesagt. Und wir wollen es ausnützen, weil wir können nicht falsch im Springen, weil wir es nicht können. Und ja, wir wollen irgendeine geile Scheiße machen. Und jetzt haben wir uns überlegt. Schaut's mal. Wir könnten der Biggest Lake Jump ever machen. Das war tatsächlich immer schon mal ein bisschen meine Mission, so ein riesenfetter Lake Jump zu machen. Und dann auch, keine Ahnung, bei mir steht ja auf der Bucket List vielleicht auch noch mal der Double Flip. Und wir haben uns jetzt aufgezeichnet. Wir haben Wasser. Wir haben eine 4 Meter hohe FMX-Rampe. Da ist mein Rahl. Da bin ich. Da ist eine Motocross, die mich anzieht. Und die dann nachher hoffentlich, keine Ahnung, so 20, 30 Meter ins Wasser rausspringt. So der Plan. Okay, let's go. Hallo. 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 Na, was geht? Alles fett? Wie krank ist die Lage? Ja. Guck mal den Ausblick. Der ist echt krank. Hallo. 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 Und? Was machen wir heute? Okay. Okay. Wir sind da am Tegernsee. Und heute ist es soweit. Und zwar der Biggest Lake Jump ever. Genau. Der Andrian bringt die fette Rampe. FMX-Rampe. Und ich bin da zum Anziehen. Genau. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es geht. Wie weit der Elias da an den See rausfliegt. Ja, und du mit dem Moppe dann. Ich wirf die hinterher. Witzig wärs trotzdem. Okay. Also starten wir. Bauen wir auf, oder? Ja. Wetter ist geil. Los geht's. Auf geht's. Bauen wir auf. Leck mich am Arsch, Alter. Schatz. Ja, 45 Grad ungefähr. Ja, perfekt. Man könnte schon was meinen, du hast gewusst, was du tust. Ja. Ja. Warte, ich geh mal schnell unter. Also hier kann man nicht mehr stehen. Überleg mal, du fliegst, wenn du bis da rausfliegst, wo du mindestens hin musst zu der Seerose, dann bist du garantiert vier Meter hoch. Garantiert. Ich würd sagen, einfach ausprobieren. Ja. Schön schnell. Mit der Rampe bin ich über den Düsenjet da ins Sensheim gesprungen Museum. Über den F-15. Auf dem Bild, wo es mir gezeigt hat, hat es kleiner ausgeschaut. Alter. Aber wenn du damit über Flugzeuge sprengen kannst, dann fliegt man ja richtig hoch. Das war so ein Ami-Jet. Ach, der stand. Der war nicht am Fliegen. Der F-15, der war auf so acht Meter hohen Stützen. Ja. Also der war zehn Meter hoch. Das ist ja einfach ein To the Moon ist das. Wir müssten hier schon so schnell sein, dass ich bald schon wieder bremsen muss. Wo fahr ich sonst hin? Weißt du, was ein Witz so das Thema ist, was ich mittlerweile schon fast am Schauen bin? Ob es nicht einfacher geht oder schneller geht, wenn es sich ja runter dreht. Ich habe mir auch gedacht, weil guck mal hier geht es alles bergab und von da oben. Eigentlich bräuchte ich einen Anlauf hier auf dem Dach. Stell dir das vor. Das wäre perfekt. Hast du noch eine Rampe? Nochmal eine hier hin. So jetzt, ne? Jetzt wird es ernst. Jetzt biggest lake jump ever. Und zwar High Fly, Alter. Jetzt machen wir fucking High Fly. Was passt zur High Fly dazu? Natürlich die High Fly Line. Jetzt muss ich die High Fly Line schnell anziehen. Dann gehst du da rein, okay. Jetzt geht es hinten. Ich gehe mal hinten. Let's go. So. Jetzt geht es ab. Let's go. Okay. Oh. Oh. Oh, let's go. Oh. 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 We're good somewhere. Bo print. Wo du gekommen? Oh. Voll geil. Voll geil. Wirklich? Eh. Wer springt jetzt als nächstes? Also. Ich probier mal einen egentlichen Fl Mouse. Was denn ihr Cup? Badflip, badflip. Okay, let's go! Super! Du hast schon nie jemanden so Motorrad fahren gesehen wie ihn. Dass er auf dem Motorrad kann, können auf der Welt 5 Leute mit dem Fahrrad. Mit dem Motorrad, mit dem Moppet. Du musst dich mal hinlegen. Ich weiß, wie sketchy das ist mit dem Moppet. Ich weiß, was ich gerne machen würde, nur für das Video. Was? Du musst alle mal weghauen und so. Du musst so, aber dann musst du so nach vorne raus. Boah, halt dein Köpfchen da rein. Das sieht aber gut aus. Du hast schon das Shirt so flattert. Ja, ja, ebenso. In? Ja. Wow! Alter! Du bist gut? Ja, das ist gut. Ja, wir müssen schön ins Krankenhaus. Bist du sicher? Ja, den Traum befälscht. Will ich. Echt? Ja. Oh je. Bist du schlecht? Ja. Du bist voll trefflich reingeschlappt. Bist du sicher? Ja. Ja. Bist du schlecht? Wenn man da rein schaut, sieht man da irgendwie. Das ist ein Ohr. Das war jetzt einfach nur blöd, weil ich das Rad auf die Seite weggeworfen habe. Und deshalb habe ich einen Rahl gekriegt. Ja. Ich wollte ja das Rad wegwerfen, also das war ja das Ziel. Ja. Aber ich habe es halt, ja. Ich bleibe lieber auf dem Rahl, das kann ich besser. Ja, ja. Du hättest schon reinfliegen können quasi. Ja. Weil genau, wie es am meisten wehtut. He, gehört das so, dass wenn ich so reinblase, dass da Luft rauskommt? Ja. 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 Ja nochmal. Krankenhauuuus. Bido, Bido, Bido. Das ist vielleicht klug wäre ins Krankenhaus zu fahren, wenn man nichts mehr hört. Aber das Zwitschern hast du gehört? Das Zwitschern höre ich eben nur auf der rechten Seite. Fuck, ich höre echt nichts mehr. Jetzt habe ich mittlerweile einen richtigen Druck. Also jetzt tut es richtig weh. Und naja, ich höre halt nichts. Was? Ja, nein, es tut jetzt, also jetzt tut es gerade richtig weh, um nicht zu sein. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich bin ein bisschen ins Wasser rein geflogen. Und jetzt höre ich nicht mehr viel, jetzt tut es auch ein bisschen weh. Mhm. Genau. Ich bin Österreicher. In ein paar Minuten kommt der Kollege, weil der war unten im Erdgeschoss, weil bei uns dauert es doch ein bisschen länger. Ja, das wäre super, wenn es es irgendwann gibt, ja. Der ist unten im Erdgeschoss. Achso, ja, ja. Okay, okay. Ich kenn mich leider nicht aus, ich bin Österreicher. Äh, ich bin ein bisschen ins Wasser rein geflogen. Und jetzt höre ich nicht mehr oder nichts mehr. Okay. Ja. Ich war wirklich fast weg. Ich habe alles gebraucht, dass ich wieder ans Ofer gekommen bin. Und das habe ich ganz unterbewusst gemacht, also war nicht viel bewusst. Also es war so, wie wenn ein Licht ausgeht. Ja, wir müssen ins Klinikum Rosenheim. Schaut nicht so gut aus, es ist ein Riss im Trommelfell. Und ziemlich groß anscheinend. Also man würde den ganzen Spalt durchsehen, anscheinend. Ich bin Österreicher. Ja, genau richtig. Also das Trommelfell ist komplett im Arsch. Komplett. Yay. Yay. Scheiße. Super, das war's vom Video. Schönen Tag. Danke. Tschüss. Vergesst nicht zu folgen. Nächste Woche kommt wieder ein Video, oder? Machen wir was. Nein, aber die erste Frage war, was Ralf angeht. Und er so, ja, Ralf angeht. Nur Druck ausgleich. Okay. Ja, dann springen wir mal von 50 Metern. Was ist denn damit? Ja, genau. Ja, machen wir einfach Basejump. Pass. Bis nächste Woche. Tschüss.